was geht er mit die hieße der Gänze und herzlichen Video sehr freundlich anfange ja das mit kann man um den 2 YouTube das ist so die Erweiterung von den 2.8 U ja die mir neulich eine komplett neuen Namensuch weil die Dänemars gescheitert und ich möchte nicht dass die Leute mich Dänemann nennen ich bin nicht Dänemar weil in diesem Video geht es nicht um diese Ding sondern in diesem Video geht es nämlich um das hier nicht meine Kappe sondern um das was drunter ist was da drin ist, mein Gehirn denn ich teste mein Wissen ähhh Kreuzardretzel hier der Übergang war vielleicht richtig scheiße aber scheiß ich gar nicht mach jetzt mein Kreuzardretzel ein bisschen was um mein Wissen zu zeigen und so ja Eines muss ich noch sagen, wenn, also eines muss ich kurz sagen, ist es nicht schlimm, es gebe ich natürlich offen zu, ich weiß nicht alles, das, was ich nicht weiß, werde ich googeln, ja, was ich nicht weiß, werde ich googeln am Handy, aber ich sage es nicht, bei jedem Ding, weiß ich nicht, mache ich, mache ich nicht. Ach, hat sich erledigt, hat sich erledigt, ich muss gar nicht googeln, wenn ich etwas nicht weiß, gebe ich den Buchstaben vor, danke, ah, jetzt lass ich kurz vertreten, okay, dann fangen wir mal an, äh, steif, das würde passen. Nein, warte, das Ding würde nicht passen, ah, warum, fangen wir erstmal an an, juroslawischer Physiker Nikola, ist das Tesla? Ja, Stromspeicher, Akku, vielleicht hängt es ein bisschen, aber trotzdem, Leute, das wissen, Alpenweide, Digam, warte, ey, mal kurz, du sei, grüße gehen raus an, meinen alten Kumpel, mit dem ich Videos machte, der Marian, falls du dieses Video hier siehst, das heißt, Alm, gehst noch hinten beim Bauhaus, war doch dieses komische, äh, diese Gartenhütte, auf der Almhütte draufsteht, also nennen wir die Alpenweide, okay. Abkürzung inklusive, ich denke mal, ja, ich habe übrigens alle Zeit der Welt, wenn es ein bisschen länger dauern würde, also sagen wir es so, sage ich jetzt direkt, wenn dieses Video hier zu lang dauern würde, ja, dieses Mal, okay, muss ich durch, beim nächsten Mal würde es dann als ein Stream rauskommen, warum muss ich das erklären, ja, klar, Erklärung macht es natürlich noch länger, aber es geht darum, ähm, wenn ein Video bei mir zu lang ist, dann kann ich es nicht richtig hochladen, dann macht es Ethernet nicht richtig mit und dann kann es sein, dass es dann sehr lange dauert, bis es hochgeladen ist, okay, und ja, es wird wahrscheinlich, okay. Umgangssprachlich Niederlande, das ist Holland, Englisch für, für, vor, sehr komisch, ja, Anführer, Ich habe keine Ahnung, organische Leuchtdioden, Dion, nee, ich habe keine Ahnung, okay, ähm, Spelzbogel. Wie heißt der? Storch. Was ist es nicht der Storch? Hier, italienisch Gold, das weiß ich wirklich nicht, der sagt vorgeben, oh, oh, nö, muss ich nicht, okay, Schönling. Ich habe, das müsste der Adonis gewesen sein, nein, nicht U, nicht U, nicht U, Ich bin mir sicher, denn, 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 das ist ein Abteil. Prostig. Männerkurzname. Mann. Was? Französische Insel kenne ich nicht. Gile. Keine französische Insel, sondern Insel auf französisch. Okay. Ah, ich habe Männerkurzname. Ich habe vielleicht eine Idee. Und zwar, es gibt den Namen Benjamin und dem sein Abkürz und auch nicht Bini. Ist es nicht. Hätte das sein können. Das hätte ich sagen wollen, ich habe mich nicht aufwendet, ich habe mich nicht aufwendet, ich habe mich nicht aufwendet. Ich habe mich nicht aufwendet, ich habe mich nicht aufwendet. Okay, war es aber nicht. Wir sind ein Heiler. Frauenname. Keine Ahnung. Oh. Ilse. Ilse. Französisch. Alter. Männerkurzname. Oh nie. Macaroni oder was? Macaroni. Natürlich. Antonio. Die, 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 die kurzlinige Antonio. Und so weiter. Kurzwurzname. Das ist Anno. Kurz wurde. Ehm. 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 Gut. Ab. 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 Ab, ab. Ab. Ablagerung. Stahl. Nee, oder? Ja, aber das. natürlich das was mein halbes zimmer ist ich glaube ich ja was ist steif starr vollständig dumm und um sport südamerikanische Alpaka was ist ein Könner ein Ass großes Sport Event im das hätte ja auch die WM sein können so Hauptstadt Adis Abeba wer sich weiß ist die Hauptstadt von Äthiopien ja karibischer Musikstil das müsste Reggie sein natürlich Talform Talform Berg dabei beim Tal muss ich gleich immer direkt an Berge denken ok was ist es denn k ok schlussfolge 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 was mir aufgefallen ist ist erstens ich mache das beim nächsten mal als stream leute definitiv warum ist denn das schon neun minuten vergangen das ist natürlich auch im stream stellvogel stellstvogel keine ahnung äh boden bodenerhebung kann doch jetzt nicht der ernst sein guck mal bei der Talform bei der Talform habe ich Berking geschrieben das sieht die bodenerhebung das ist es ein Berg alter und genau und genau dunkel lass mich die schlussfolge durch machen ich glaub zum anderen Ding erstmal mal ich weiß ja vielleicht ein bisschen zu klein bisschen größer so warum würde ich kein Bock die ganze Zeit nicht hier so weit hin und herz machen so also hallo was ist das salbe kenn ich nicht tiefes bedauern re re eine reue eine reue ok was ist das umgangssprachlich funktioniert le keine ahnung ich habe einen Tipp für die Macher dieser Seite und generell für die Macher von online kreuzertretenden bitte macht äh ö und ü das ist besser weil ich wäre jetzt nie drauf gekommen weil man denkt das nicht man mh schwer wie äh was und was ist das für Fragen Blei äh ok Spaßvogel j weiter so ich weiß nicht alles vor allem was hab ich nicht gewusst abkürzung ab tv arglos erst mal ein jüdischer König kennt keine Ahnung iller sagt mir nichts ok ein Stelzvogel Re äh ein Reier ein Reier arglos naiv hä led kenne ich das ist also dieses ich kann es nicht zeigen ähm mal hinter mir ist sieht er diese Lichter das ist led was ist dann das ist das Tampo natürlich ist das ok gesichtsbesser ok als er aber geht das ist der Chef und das ist Tonic Tonic Water hab ich einmal getrun so war aber nicht so mein Ding so damit was ist jetzt und ja ich mache es definitiv nächstes Mal als ähm stream weil das wird jetzt Tage dauern bis hochgeladen ist wahrscheinlich also sagen wir so es ist gerade 0 uhr 31 am 17.6. 2020 mal sehen wann ich es hochgeladen bekommen das war's wieder mit dem Video bis zum nächsten Mal falls euch dieses Video gefallen haben soll dann lasst doch ein Like da und wenn ihr mehr solcher Videos sollt äh mehr von solchen Videos haben wollt oder dass du ihnst der nächste Feier schreib das in die Kommentare und lass doch auch ein Abo da auf dan28 youtube wenn er bis dahin auch so heißt wer weiß vielleicht hab ich das dann schon einen neuen Namen gefunden irgendwas für dan28 ne und guck doch auch noch auf meinen anderen Social Media nach auf dem Beispiel Instagram, TikTok und so ist alles unten drunter verlinkt das war's bis zum nächsten Mal